Es kommt ein Schiff geladen. Unter diesem Titel stellt der Kammerchor der Technischen Universität Dresden sein diesjähriges Weihnachtskonzert. Der adventliche Choral gehört zu den ältesten deutschsprachigen geistlichen Gesängen. Weihnachtslieder sind oft durch Symbole, Metaphern und Allegorien verschlüsselt. Aber so vielschichtig wie die Symbolik der Advents- und Weihnachtsliteratur ist, so facettenreich sind auch die Kompositionen des Konzertprogramms. Es erklingen Lieder in Vertonungen von Brahms, Reger und Bach sowie unbekannte Werke von Lawson, Messiaen, Perth und Gottwald, welche in eigener musikalischer Sprache die Weihnachtsthematik hörbar werden lassen und sie als Zuhörer in eine schillernde und geheimnisvolle Klangwelt entführen möchten. Das Konzert findet am 20. Dezember 17 Uhr in der Annenkirche Dresden statt. Eintrittskarten sind an der Abendkasse oder in der TU Dresden Information Momsenstraße 9 erhältlich. Eintrittskarten Sendung Momsenstraße 10 Eintrittskarten sind an der Chefdrehung von Sonja, Messiaen, Christoph G precious, Eintrittskarten sind an der Chefdrehung von der Tränen Sonja, Eintrittskarten sind an der Kirche und Erleichterstände. Eintrittskarten sind an der Chefdrehung von Ahnung und Erleichterung von Ehrens-G